Jo Leute, was geht ab, euer Juna wieder da. Und ja, heute spielt mal mein kleiner Bruder. Hallo. Genau. Und zwar spielt er mal Gruppenkeile. Und ja, er hat halt wirklich nur ein paar Runden mal gespielt so. Einmal mehr. Ja, er hat schon einmal einen Kill gemacht in der Solo-Runde. Ja, und heute werden wir mal schauen, wie er sich so... Einmal spielt eine Runde. Ja, genau, wie er sich so tut. Und ja, in Gruppenkeile wie gesagt. Und als erstes such dir mal einen Spin aus, den du spielen willst. Also... Ja, such dir einfach mal einen aus. Es gibt viel weitere unten noch. Also, ja, nicht nur die, ja. Genau. Lebruchern. Warte, dann brauchst du auch noch ein Backpack. Hier hast du die Blume. Dann kannst du... Das ist... Hundi. Hundi. Magst du einen Hund? Warte. Hier. Ein Chamäleon. Lebkuchen. Wie ist denn ein Lebkuchen? Der passt zum Lebkuchen. Okay, ein Hund. Den hier. Oder magst du lieber... Den hier. Warte, schau. Hier. Den hier. Den hier. Den hier. Oder vielleicht... Den hier. Den hier. Oder den hier. Ich finde den geil. Okay. Passt. Und dann auch noch eine Spitzhacke. Kannst du dir auch noch eine aussuchen. Und hier. Äh. Okay. Lebkuchen. Die passt extrem. Die. Okay. Die passt sehr gut. Und dann geht schon bereit? Okay. Dann... Let's go. Okay. Was? Nein. Ich hab schon für dich bereit gemacht. Okay. Also... Wir werden jetzt einfach mal sehen, wie er... in Gruppenkeilesse ist. Und... Ich hoffe, dass er da... ein oder andere... eliminiert. Äh. Ich hoffe, dass ich... kann eliminieren. Eliminiere. Speise kass. Okay. Okay. Also... Ich bin halt nicht so gut. Das ist klar. Wenn du hast auch... Ich glaub, das ist wirklich... von meinem Bruder die... vierte Runde. Sechste Runde. Vierte. Vierte Runde. Vierte Runde. Ja. Also... Ob das... Und hier... Oh, mein Muffi! Ja. Oh, was ist denn, Muffi? Okay. Hier längst du. Ja. Also du kennst dich ja schon ein bisschen aus, oder? Ja. Aber probier noch nicht zu bauen, okay? Weil bauen ist etwas zu schwer. Genau so. Du kannst ja mal in die Stadt fliegen, oder? Nach Pleasant Park. Also, wenn du stirbst, dann responst du wieder. Also dann... Wer als erstes 125 Küsse hat in Gruppenkeile? 125. Entweder dein... Dein Team oder das Gegneteam. Blau gegen Rot. Das war schon mein Team. Ja. 19 gegen 19. Und... Ja. Ich brauche mehr Waffen. Oh, du weißt schon Bescheid, wie man das abbaut. Also es ist Holz, das ist egal. Rechts nehmen dir jetzt eine Truhe hinter dir. Da. Bitte. Links. Links. Hinter dir. Rechts. Ja, da ist eine Truhe. Ich muss jetzt mal Kapus haben. Und jetzt musst du mit hier. Oh, die erste Waffe, lila ne Pumpgun. Lila ne Spast. Da ist noch die Munition, falls du brauchst. Hinter dir, ja. Hier. Ja, passt. Du hast die Munition. Weißt du, wie man schießt? Ja. Okay. Da, wo man wegbaut. 1,1,1. 1,1. 1,1. Ja, du kannst ja. Schau mal hinterher. Oh, das sind die Gegner. So bin ich. Aber es hat tatsächlich zwei verloren. Äh, verlassen. Hier ist ein Mini. Hier ist ein Mini. Ah, super Hunde, das du gebellt hast. Prozent die Lieblingspistole springen tust du mit X genau ja da wird man zählen wenn du lange drauf drückst die Pankern Schild hätte ich getrunken ja 2 zu 2 steht es tatsächlich erst ich hab den Hund bellt einfach nur so ich kenne mich da auch nicht aus ich glaube nicht dass er die Liga blaue Pankern auf jeden Fall richtig guter Loot schon mal aber ich würde die nicht nehmen du hast schon eine Lieder bei Pankern schon nehmt blaue Schottgang hinter dir hinter dir ich glaube das sind die eine ist also Bauen Schau bauen hatte Bauen sich mal kurz für dich also bei der Spitzacke ja bauen tust du hier ja und jetzt musst du das da abbauen das da ja und jetzt musst du das abbauen dann bekommst du die Kiste mit also ja die Spitzacke ja da musst du auf Dreieck dann hast du die Spitzacke nicht du das das nehm ich das nehm ich nehm ich nehm ich also ich nehm ich nehm ich ja die meinen die händische in die zune schaub hier an die hier drauf drückt man da drauf da siehst du da du musst in den weißen Kreis wenn du wieder weg haben ist er musste wieder drauf drücken wieder in die mitte und da gehen wir zum weißen Kreis hinter dir musst du in dieser richtung als er spielt wirklich zum ersten mal fortnet Gruppenkeile er hat nur zu zwei naja mal kurz Solo gespielt aber ja gut da wusste er jetzt auch nicht wirklich viel was man machen muss wie man schießt und so okay auf jeden Fall ein bisschen interessant noch interessanter wird wenn endlich mal Gegner kommen sieben zu drei für euch ich ach ja okay was was machst du ähm äh was machst du eine frage ja genau einfach geradeaus laufen ähm ja springen ich würde den Biggie trinken links ist der Biggie weiter rechts weiter rechts stopp er ist nach unten nach unten nach unten da ist der Biggie ja ja nach unten ja was machst du hä was machst du hier ist er warte schau hier ich trinke ich nehme ihn für dich warte ich geh mal für dich schnell in die Zone das nervt äh ja 13 zu 6 wupp 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 okay wir hier trinken und dann in der Mitte sind glaube ich alle ganz in der Mitte 13 zu 6 ganz genau du brauchst halt noch mal Sturmgewehr und alles aber egal mit einer Farm können wir es auch gut yeah also ich hoffe dass er wirklich Gegner sieht und dass er hat und dass wir seinen Aim sehen das ist dein das ist dein äh dein 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 teammate die mit einem weißen Fall ich glaube ja soll ich für dich nach oben bauen weil oben sind alle ich baue für dich nach oben okay Leute ich bin jetzt wieder kurz dran damit ich ihn nach oben bauen kann ey ich muss den nach oben bauen wo die Gegner sind okay warte ich kann mit Mandel nicht gehen okay da oh 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 jetzt bist du dran jetzt bist du dran jetzt bist du dran hinter dir ja ok du bist jetzt wieder in der Luft bei uns durch und da mach mit dem Gleiter jetzt und flieg nach ganz oben da sind die ganzen Gegner da ist Action ja 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 und da ist er der ist ein Gegner links hin hinter dir hinter dir hinter dir ähm ja gut ähm was sagen sie dazu ja okay es sind auch zu starke Gegner hier das ist alles mein Niveau ach du scheiße ach du scheiße warte ich mach ich glaube ich probier mal mit der Pistol mit der Pistol hatte ich mach jetzt mal ein Kill weil es ist ganz knapp 24 zu 23 bisher müssen sie jetzt 25 und wenn man schon mal einmal die lilanen Spaß hat dann sollte man sie auch nutzen ja scheiße ich ich kann einfach nicht mit einem männlichen Skin spielen ich denke die Poster okay ich komme Papa was ja 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 warte ich brauche alles mal wieder zu dem Gegner ja In-Hauswitzen das ist aber noch ein Gegner warum hältst du mir gleich den Kontroll aus der Hand ich kill einen und du ziehst ihn mir schnell aus der Hand es gibt wahrscheinlich nicht so laut er hat er ist bauen er wird aus der Schampe sind rechts das ist dann der ganz drauf und dann fliegst du Ja, und dann, ja, gut lenken. Und da oben ist einer. Hey, wer ist denn hier? Ja, die hat es ihn wirklich fast. Die hat es ihn wirklich so fast. Okay. Du weißt auf jeden Fall schon ein bisschen was. Da hinten, da hinten. Ah, die sind gleich zu stark für dich. Vor dir ist genau ein Gegner. Oh, ja. Ah, ja. Links. Ja. Ah, was du wirklich da? So, rechts, 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 links, links. Hast du! Du musst schneller schießen. Du bist richtig lost auf jeden Fall. Ja, ich sagte ja, ist die vollstärkste, ne? Da war doch das Solo gespielt, da sind die noch... Ja, da sind wir noch! Den hast du! Also das ist ein... ähm... Leute... Eier! Au! Da, da, da! Du musst schon... Schießen musst du auch mal, hast du eigentlich schon einmal geschossen? Ja... Ja, auf den T... Komm! Einen musst du killen! Einen einzigen! Ja, weil wir haben so ein paar... Hinter dir! Du baust! Ja, das ist dein Zimmer, da war hinter dir! Und wieder... Da, da, da... Ja, oder? Doch nicht! Man kann auch nur herumstehen, wenn du... ...herumstehen willst! Ja, für was, dass du auch nur mit der Liederneinstia rumstehst und nichts machst, oder was? Du musst auch schießen und auch auf die Gegner, du nicht die ganze Zeit... Äh... ...herumstehen und... ...kommen... ...und... 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 Oh! HIT gegeben! Du hast ihnen einen HIT! Ja! Hinter dir! Du hast ihnen einen HIT gegeben! Ich habe einen! Nein, du hast keinen! Aber du hast ihnen einen HIT gegeben! Hey, seit wann hast du einen Kill? Ah ja, stimmt! Ich habe hier einen HIT! Stimmt, stimmt! Ich lacht mit! Ja! Ja! Da, genau! Ja! Da, genau! Dann geh ich hier... Ja! Recht! Genau! Und dann... Hinter dir! Naja! Oh, Hit! Hit! Darst ihn! Darst ihn catch! Darst ihn! Ja, das ist sein erster Kill in Gruppenkeile. Oh mein Gott, mein Bruder hat seinen ersten Kill gemacht. Ja, 28 AP, ja, du weißt Bescheid. Er hat einfach seinen ersten Kill gemacht. Ich glaub, die Waffe ist jetzt eine Lieblingswaffe. Da ist noch ein Gegner. Komm, zeig, was du tust. Nein, nein, links, genau, links. Genau, links. Im Busch. Ja, im Busch. Ja, da ist er, da ist er! Hit! Gib ihm noch ein Hit! Nein! Ja. Oh! Snipe! Nein, das war nicht gesniped. Ach du Scheiße! Äh... Ja, wenigstens hast du einen Kill. Hinter dir! Oh, da unten ist er nach links! Hinter dir! Der liegt am Grund! Ja! Da unten ist! Ja, du da! Ich... Ich... Ja, ich spiel ganz kurz ich und mach kurz einen Kill. Ich... 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 Auf... Flex... Vor... Kf... Und... Ja... Hier ist ein Gegner. Und er hat auch einen Kill gemacht, also man muss sagen... Ja, man muss auch sagen... Es ist halt, ja... Wie gesagt, seine vierte Runde. Und ja, das war's mit dem Video. Ähm... Ich hoffe es hat euch gefallen. Lasst auf jeden Fall mal Like und Abo da. Schreibt irgendwas in den Kommentaren, ist mir egal. Also schreibt in den Kommentaren, ob ihr einen Teil 2 mit Noah haben wollt. Also nochmal Gruppenkeile mit meinem kleinen Bruder. Ja... Vielleicht Teil 2. Ähm... Schreibt es mal in den Kommentaren. Und ja, dann... Ähm... Bis dann! Ciao!